Herzlich willkommen bei Ihrem Seminar Short Selling und Leerverkäufe von Aktien und CFDs an einem Sonntag in Ihrer Stadt. Mein Name ist Ralf Kröpke. Ich werde Sie an diesem Tag begleiten und ganz viele Short Trades zeigen, bei denen man bis zu 100% und mehr verdienen konnte. Und wir als BB Ascon werden Ihnen zeigen, wie wir diese Short Trades finden, wie wir sie handeln, wie wir sie eröffnen und wie wir sie auch schließen. Und stellen Sie sich vor, Sie handeln erfolgreich diese Short Trades und dann stellen Sie sich diese Kursgebühr für einen Tag Ihres Fachseminares Short Selling und Leerverkäufe von Aktien und CFDs vor. Und ich wette, wir werden uns am Sonntag in Ihrer Stadt sehen. Und ich wette, wir werden uns am Sonntag in Ihrer Stadt sehen.